Ja, ey. Nun machst du doch ein wenig, ey. Und jetzt ist es so schön. Ja, jetzt hätte ich vorsichtig, wofür Sand, Kohle, war schon mal angepackt mit Kalkstein. Ich weiß gar nicht, wo die Kalkstein, wo wir die Kalkstein hier haben, kam da auch wir von der aus der Ecke hier. Ich glaube ja, ne? Erst muss er ja gebaut sein. Der ist voll. Achso, das Band. Das Band läuft nicht nach, ja. Aber noch einen Mischer will ich nicht. Was habt ihr jetzt hier? Keine Ahnung. Aber irgendwas muss er ja. Er hat ja nicht nur ein Chassis, der hat ja auch was drauf. 21 von 60. Ja, sonst geht unser guter Ruf in den Keller. Dann ist der für den Arsch. Ben Wiesel. Wenn wir ihn doch Einigkeit haben. Ah, wir haben sie eigentlich schon gebaut gehabt, ne? Ja. Wir haben sie eigentlich schon gebaut, ne? So, dass die Rohleisung wirklich durch, durch weg verbunden ist. Es sollte gar nicht aussehen. Ja, hier ist auch so eine Ecke. Da weiß ich nie, wie ich den Bergbau ansetzen soll. Ich möchte das schon eigentlich auch dran rumschaben an unserem Berg hier. Aber leider so steil. So, guck mal. Unsere Felder stehen auf Grundwasser. So, guck mal. 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 Ach da. Sand und Kalkstein. Sollte er hier holen. Ja das wäre doch okay. Das ist doch gut. Und richtig normalen Stein und so. Wo kriegst du den her? Hier ist Sand. Ja das sieht ja auch so aus als Kupfer. Kupfer. Guck mal Gold. Erst gibt es auch noch. Haben wir Gold? Tatsächlich wir haben auch Gold. Wow. Das ist wieder Sand. Das ist Grundwasser dann. Wahrscheinlich besser wenn man da Felder drauf stellt. Das Kohle. Kohle. Rotes Eisenerz. Da ist noch mal ein bisschen Öl. Gut Sand. Ja da schaben wir jetzt ja dran rum. Ist hier genug Zeug da erstmal? So habe ich das auch mal gesehen. Dann lassen wir natürlich hier unseren. Aber ich weiß gar nicht wo unsere Laster sind. Wenn da schon zwei unterwegs sind. Achso die hier Kupfer. Die haben mit dem Kupfer zu tun. Aha. Guck mal. Die müsst ihr unbedingt. Weil im Moment schleift so ein bisschen ne. Wo ist denn unser Baumernter? Sollte ja in der Ecke hier sein. Da unten drunter. Ja da ist er. Wir links von uns. Okay. Was sagt die Forschung? Grundwasserpumpe. Wir haben genug. Aber wir haben jede Menge Arbeiter. Aber wir haben. Aber wir haben jede Menge Arbeiter. Aber wir haben viele Arbeiter. Bis zum nächsten Mal. Weil wir jetzt noch eine Arbeiter im Falle. Und dann noch ein bisschen mehr Arbeiter. Also. Bis zum nächsten Mal. Aber er zeigt die nicht. Einwandfrei. Den hier machen wir doch nebenbei voll. Ja, das ist ja ok. Das sieht gut so. Da ist der Baumenter. Ja, unsere Baustelle müssen schneller laufen. Ein bisschen Gas geben. Das sieht ja richtig cool aus. Das funktioniert ja nicht alles so. Warum nicht? Was fehlt? Was fehlt denn? Ich kann nicht sehen, was fehlt. Beides oder was? Hier Eisen. Jetzt könnte ich natürlich ein Band von hier aus. Weil abreißen will ich ihn jetzt nicht und versetzen. Ich könnte ein Vorderband von hier aus zum Eingang legen hier testen. Ja, so und so nicht. Kohle. Dann brauchen die LKWs ja nicht schon mal da nicht dran rumfahren. Dann braucht man da nicht jedes Mal ein LKW für. Das ist immer so eine extra kleinen Farben, die da aus Sprit sparen. Okay, so. Okay, so. Die Flüchtlinge sind nicht mehr obdachlos , also. Haus für Haus fertig. Äh. Äh. Häuser fertig. 462 von 490. Jetzt ist sie gleich wieder. Sie sind gleich wieder voll. Das ist ja nicht so. Weil wir haben 250 Arbeiter. Das sollte uns ja eigentlich mal reichen. Der ist auch noch nicht gebaut. So die Kalksteine. Da finden wir Sand und da ist Kalkstein. Also kommt für den Sand auch noch extra einer. Eine Produktion muss laufen. Ist das Kopieren? Kopieren. Jetzt bin ich gespannt. Das hier möchte ich kopieren. So. Das ist ja cool. Wie ich das sonst mal gemacht habe. Alles von Hand bauen. So. 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 Das wäre schon cool. Wie gesagt. Jetzt hier noch. Bergbau. 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 Hier. Für Sand. Weil das erforschen wir ja gerade. Es wird hier gerade erforscht. Und dann sollte das. ima Minute. So. 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 da bauen wir den überschuss rein wie gesagt leider habe ich mit der direkten Anwendung unserer Felder überhaupt kein Plus gemacht im Gegenteil waren sie da sind sie auch vorwärts da weiß ich noch nicht wie ich das müssen wir die anderen Felder erforschen hier die hier das hier das können wir machen Wartungs Depot 200 das wird lustig hier Stützmauer so